Wie hoch ist das Empire State Building in Manhattan? Bis zur Spitze. Eine Runde auf einer ovalen Tartanbahn nach überregionalem Standard ist kürzer. Buchen draufkommt. Beim Bäcker. Tschüss. Jay, was hat dir der Tipp jetzt gegeben? Da das kleiner ist als 400 Meter. Ich glaube, dass das Empire State Building deswegen 400... Also deswegen bin ich rausgegangen, weil ich der Meinung bin, dass eine Tartanbahn 400 Meter lang ist. Ja genau, deswegen denke ich dir, das Empire State Building müsste kleiner sein als 400 Meter. Sepp, wir waren da drauf. Die eine Runde auf einer ovalen Tartanbahn nach überregional ist kürzer. Und wir haben uns recht, die... Wir waren da drauf. Doc F hat es gut zusammengefasst, Jay hat es richtig, aber er hat es falsch. Ich weine, wenn ich jetzt nah dran bin. Die richtige Antwort ist... 443 Meter. LOL. Tut mir leid.